ich komme raus wie bist du jetzt so draußen gekommen rausgeklettert die scheißleiter hier, alter, dann fällst du noch irgendwo runter und brichst dir die achsen oh 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 ade? was machst du? steh auf ja ich hab grad im resyn geguckt ist er sehr verpxelt oder geht es aber nur noch deine zuschauer begrüßen bei mir stehen null zuschauer aber sind schon wieder heilig kann man da ich komme ja ganz zwei leute heute gibt es mal wieder mit der lieben an er heute weil darauf ist verhindert hat seinen pc gestartet das gewitter hat seinen pc geschrottet und dann müssen wir uns jetzt alleine durchschlagen und auf unserem standard server auf unserem freundlichen auf dem wir mal spielen der war nacht und das wollten wir euch nicht antun jetzt bin wir hier auf einem offenen stand-alone server wo wir wahrscheinlich nicht lange leben aber wir schauen wir müssen aber hier lang kann der alpha ist auch dabei und der kristin der kristin okay ich mach es mal so hi papsy hi chris hi monster hey eric hi alpha und das zittrige ist auch da eine wunderschöne jungen guten morgen was guten abend läuft schon wieder ja ich habe für uns mittagsschlaf gemacht bin vor zehn minuten aufgewacht mittagsschlaf ja ich habe spät gegessen kommt macht der feine her auch noch mittagsschlaf ich war doch vorhin noch einkaufen ich bin total gestresst leute unser unsere mission ist es heute zum nordwest erfüllen zu kommen ob wir das schaffen keine ahnung laut karte sind luftlinie 33 minuten jetzt habe ich nicht was jetzt schon voraus gemacht 33 minuten ja aber so wie wir umscheißen hier dauert das sicher wie gesagt mission nordwest erfährt und hoffentlich nicht sterben ist der eric kann der weißen mittagsschläfchen auch zu schätzen egal um welche tageszeit ich glaube das kommt dann einfach im alter war der mittagsschläfchen ne du steckst ja noch voller energie hashtag energizer die batterien energizer ich bin ein kleines wie hieß dieses häschen die läuft ist eine babsi die ist jünger als du glaubt und die schreibt doch mittagsschläfchen na klar die ist 19 oder so hä babsi ich will ja nichts falsches sagen das ist der zittrige nennt das schönheitsschlaf er schlaupt da was bringt was extra maske aufgezogen das ist augenpflege denk mal an dein fuß aber doch ist auch noch mit da hey killer ja wir hatten heute schon mal ein lauf bei dsi und da war das recht zu mir was ist mit einem fuß passiert ich überhaupt nicht frech zu dir aufpassen meinst du dass du noch mal mit der axt kommt aber überhaupt nicht das sind wilde unterstellungen die du hier anstellt ach da stehe ich drüber und so dass die stunden ja ja ich bin unmaßbar ja nicht ist mich immer in meinen videos in kommentaren können alle lesen gar nicht also wenn ich mich in drei worte beschreiben soll ja hab sie ich werde auch 25 im nächsten leben was gut hat sich hilfsbereit und moment so kann jetzt dieser lade kreis von windows das sieht schon wieder gefährlich aus eigentlich wollte man gestern schon eine runde herum tun hier aber die alle hat mal wird das update durchgezogen ganz ganz hart jeder mag wenn das auf der ist vor allen dingen wenn sie dann nicht funktionieren also ja stimmt man sie wir haben ja eigentlich krieg wir haben ja eigentlich ein bitch fight am laufen stimmt habt ihr euch eigentlich wieder vertragen bei uns dann ist ihr tragt das auch ein bisschen auf dem rücken unserer nerven aus ich muss dann noch mal drauf machen mit der mann so eine ansage gegen den monster ach so ich finde es nicht in ordnung dass du das einfach so in der welt in der haus und hast ja ist mir rausgerutscht das war ja gar nicht geplant ganz europa fragen das ist einfach so aus mir rausgesprudelt doch ob wir unsere leichen da nicht suchen müssen gerade gemeint da musst du nicht rob wir sind ja nicht mehr auf unserem pv server sondern auf dem dc stand alone und vielleicht werden wir ja so verjodelt dass du gar nichts mehr findest von uns extrem abgelenkt vom chat der hier links am tablet mit läuft die monster möchte ein ansage video an wo bist du schon wieder ich bin hier und ich schreibe mal alles stadt in allen chat im hashtag ein jahr fußel ich hatte mich heute ein jahr youtube ich komme ich rüber jubiläum jubiläum die früssel ist seit ein jahr alt geworden bei youtube ja praktischen geburtstag so wollen wir ein geburtstagslied singen kann man gerne mal über diesen anderen antun ja ich glaube schon warte schief und in alle richtungen okay zum geburtstag viel glück zum geburtstag viel wie geht das überhaupt weiter ich kenne bloß diese diesen referen ich weiß nicht ich habe in der schule schon nie mitgesungen in dem kinder ich habe erst angefangen zu singen seit ich überhaupt kenne ich habe gedacht hast du schon eine band ja ja was glaubst du was machst du trinken und ich bin hungrig mit apfel bei mir müssen wir finden ich habe ein apfel hätte ich noch und ich habe auch noch einer ken spagetti pristine ich habe noch den den öffner den großen öffner glaubt vom rob aber der ist auch schon bett der mich ja ich habe auch und damit kann ich mit dem damage dosen öffner auch noch aufmachen da brauchst du jetzt schon dringend was zu essen ich bin nämlich auch hang wie da können wir uns das erteilen ich glaube ich habe noch mal apfel ich gucke gleich mal im inventar ich habe noch zwei apfel würde ich mir erst mal ein apfel reinhauen wenn es dann richtig hart auf hart kommt würde ich die spagettis eröffnen ja lass mal zu hast du auch ravioli mit fleischsoße die sind cool nie leider nicht weißt du die von kno ja genau die sind so ekelhaft die mit der fleischsoße sind gut die anderen die gehe ich immer zweimal auf toilette ich kenne nur die die standard mäßig die da auch immer auf festivals ist vor allem auf festivals ist du dir meistens auch nicht warm da ist du dir meistens kalt wo auf netflix ist die willst also jeder frisst du sowas na ja ja und notfrisse teufel auch fliegen was einfach du wirst du wirst erst 16 und hast schon vier kinder zeiten was machst du also hast dich nicht unter kontrolle sind da los da alpha ist doch schon vater oder habe ich mal irgendwo gehört ich bin da hast du noch eine jacke ich habe schon einen kompass ernsthaft jetzt ja hier den navigation an an ja macht's mal hashtag wieso läuft denn da nicht jetzt hast du auch noch eine bären muschi ja auch nicht was ist denn hier los legt der server ne was du machst ne guck noch mal wie ich renne hier na vielleicht musst du dich mal hinstellen ne steh doch ne du bist gebückt nix größter hit war ding dong die hex ist da auf der ukulele da fällt den nachbarn das geschirr aus dem schrank stehe ich jetzt jetzt lebst du normal ja steht da jetzt der big steht da jetzt der große was ist hier los ja du stehst jetzt ich sehe eindeutig ah ne hier ist noch eine jacke habe ich dir gerade eben gesagt und hier ist eine muschi das ist eine bärenmuschi das heißt ja so ich habe gedacht einer aus plastik kommen wir gehen jetzt hier ist noch eine kappe oder das ist auch so eine bärenmuschi ne green ushanka ach sag ich doch so jetzt kann ich ja mal auf den kompass gucken ähm ja wir laufen richtig würde ich jetzt mal als navigator experte sagen oh gott darauf haut wieder ein hektik hashtag rk47 speedlink disruptorsniper mousine anna daisy sag mal chris was hast du denn schon wieder für ein neues ach ja dieses angona oder wie hieß das oh ist schon wieder vergessen angona kennt ihr da gibt ich hab auch noch ein neues auf dem schirm ich weiß nicht ob der chris das vielleicht auch meint warte mal ganz kurz bei google mail gucken äh don't less ich hab schon mal gelesen irgendwo bärenmuschi oh gott ich muss noch viel lernen über dieses spiel ja ja geh mal da oben zu der ähm ruine welche ruine welche ruine die vor deinen ach so das ne was denkst du wo ich hinlaufe habe ja ich weiß doch nicht bei dir ich frage immer noch mal nach gleich gibt es hier eine alte ritter ritter rüstung ach der kabel ist auch daheim hm hallo karte hallo karte ach ne wie sagt man in hamburg moin moin um die uhrzeit oder oder ich glaub der sagt dann immer moin moin bitten in der nacht ach Bles oh warte ich hab' ein zombe nzembi au falsche knifte ähm Fussel meint, er spielt gerade Pless online. Das bin ich! Ich bin kein Zombie. Der ist außerhalb, oder? Und? Warte, warte, irgendjemand testet bald Don't Less. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Miss Fussel! Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ja, Fussel, ich hab mich da auch schon angemeldet. So noch nicht runtergeladen. Der Virus ist auch da. Hello! Hallo, Virus! Virus! Ob, wann hast du Geburtstag? Anne, du wirst es nicht glauben. Was denn? Was denn? Guck mal her, die Burg. Warte. Im März, oh, der Rob hat ja schon Geburtstag. Dreh dich um. Oh, hi! Oh nein, du wie cool! Ah! Aber aufpassen, dass wir hier... Was? Ja, ich bin gerade runtergefallen, aber das ist nicht passiert. Anne, mach langsam. Wenn du hier runterfliegst, da sind nicht bloß die Beine gebrochen. Ja. Da schiebst du dir durch die Schultern raus, da. Mach langsam. Ich bin schon so klein. Ich will nicht noch kleiner werden. Aber kannst du unten bleiben. Hier oben gibt's nichts. Sir Quantum R. Soll ich dich so einen Ritter schlagen mit meiner Axt? Lohen Ritter. Ja, genau. Ich bin ein Templer. Ich bin für alle... Ich schreibe gerade ein und ein halber Ritter. Ey, für alle Assassin's Creed Spieler, ich bin ein Templer. Hier oben ist noch... Ich komme da nicht hoch. Ich kenne mich. Ich fall da eher runter, als dass es irgendwas nützt, dass ich hochkomme. Ja, wieso? Bist du mit Controller? Nee. Oh, was? Leute, wenn ich hier gerade meinen Spastischen an der Maus kriege, dann ist ich vorbei beim Spiel, ja. Also eineinhalb Ritter... Das war doch so ein Film, ne? War das nicht ein Film mit Matthias Schweighöfer oder so? Oder Till Schweiger? Ähm, mit... Ja, und hier... Mit... Wie hieß'n der? Mit Roberto Blanco. Oh, der hat doch den Döner-Caper draufhören. Stimmt, stimmt. Bei dieser Essensschlacht oder was das... Und Ritter der Korkussen ist auch cool natürlich. Anne, wo bist denn? Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Komm, lass weitergehen. Ich mag Burg und Schlösser, finde das interessant. Das stimmt. Wer sagt denn das? Franzenberry! Oh, hallo! Oh, Achtung, hier geht's stark nach unten. Wie stark? Musst du aufpassen? Wieso dehne ich aus wie deinem Emailleeimer auf dem Kopf? Das ist egal, aber ich kann Wasser holen mit dem Ding. Komm, wir gehen hier lang. Der kommt mit dem Kopf in so einen Fluss und dann... Äh... Öff, die Thürning. Achja, Ritter von mir! So war das! Nicht ich, Ja... Das ist aber Ritter der Kokosnuss, oder? Nee, er hat doch auch irgendwie geblieben. Die, die Heckenhändler dort. Genau, da. Ich bin gerade stehen geblieben, weil mir gerade so war. Hier können wir runter, klar. Nö, jetzt auch da unten. Feuer könnten wir auch machen, wenn es kalt ist oder so. Ist das pvp? Ich glaube, das ist hier kein pvp. Ja, das ist ein pvp-Server, also stand nichts explizit drin. Das ist ja, random. Der ist offen für alles, weil DC ist dann der Lohnstand nur da. Wenn ja, dann konzentrieren wir uns immer rum. Wir haben Augen und Ohren geöffnet. Und außerdem, die Headshots, die prallen an mir ab. Was war das jetzt? Was? Feuerholz, hast du Streichhölzer mit? Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich Streichhölzer, ja. Matchbox. Ja, ich habe auch welche. Ich habe ja noch einen Robb, sein Inventar vom letzten Stream. Aber mir ist noch nicht kalt. Also gestorben ist. Wir auch nicht, aber wir können ja ein halbes Schwein auf den Grill hauen oder so. Ja, das könnten wir machen, wenn es hier Schweine geben würde. Genau, Hirsche oder so, ne? Ob es mal wieder dbd bei mir gibt? Ja, wenn, wenn ich mal wieder Lust drauf habe. Hat sich jetzt so ergeben mit DC ist momentan ein bisschen interessant wieder. Weil, ja. Weil sich ja angeblich mit dem nächsten Patch oder mit dem nächsten Update auch einiges verändert wieder hier in dem Spiel. Konnte man ja an der Beta testen. Herr Zittriger schreibt, Satzzeichen sind keine Odeltiere. Was? Und der gute Herr Fransenberry war... Das ist kein Herr, das ist eine Dame. Oh, oh, Entschuldigung. Anne, was soll denn das? Oh, oh, oh. Jetzt tisse die schon wieder ein Bett her. Ich habe alles zurück. Haha. Auweia. Franzenberry, ich muss mich entschuldigen. Die Anne, die haut manchmal raus, bevor sie die Birne anhat. Hahaha. diese kleinen zeichen da sind leider sehr uneindeutig ich entschuldige mich offiziell bei frau franzenberry jetzt sagt aber frau franzenberry und ein bein aufs andere in fettnäpfchen das ist so mein ding ane gehen wir überhaupt noch in die richtige direkt also warte mal da muss ich mal ein kompass also norden ist rechts von uns jetzt also da sind komplett falsch gelaufen ich habe gerade was kronen gehört was ja nicht dass man ja die wölfe erleben wer dann das immer dann wieder am leuchtturm geschlechtert ist also wenn wir nach norden wollen nordwesten dann open cover dann müssen wir da lang also zur burg wieder komplett falsch gelaufen wie hieß die burg hamburg schreibt black castles und hotspots ja wahrscheinlich aber hier stand der population lorob ja ich hoffe es wenig spielt doch heutzutage keine sau mehr desi ich glaube wusste hat hunger kann nämlich sein dass du es dass du fuzzles im bauch gehört hast so laut was ist denn das für ein übelster resonanzkörper dein bauch jetzt laufen nach norden das ist so also da lang hier so das ist ja mein navigationsgerät der andere haben den tomtom ich habe die ich bin eine anne 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 wenn die schlacht nach ist so lach ist das jemand kennt was wenn ich doch lach ist so lach ist ein haus eine foto krippe wir können wir das krippenspiel machen nächste schreibe ich ziemlich schnell auskommt wir gehen weiter das wird schon wieder was weiß doch wie bix hieß rock habe ich gesehen also blick du willst gesehen werden deswegen bei mir auf einer offenen lichtung stehen ok du bist ein magnet du warst du warst ich weiß nicht aber auf eine nacht auf eine nachtserver wäre auch cool gewesen ne planlos im hinterland ja es würde bei uns tatsächlich sehr gut gehen glaube ich und ich hatte letztens erst die ja doch richtig die kopflampe liegen lassen was der große zieht sich aus ja immer so wie macht er öfter als ihr glaubt sie wie das mache ich sowieso wenn es so warm ist ich sitze komplett nackig am pc das ist überhaupt kein ding warte mal wenn du lauter redest hörst hört man dich doppelt ja durch dein mikro das können wir ja schon alle dann warte mach ich mal ganz kurz sehen hier ich wollte deine sprachaktivierung die ist wieder zu gering zu hoch oder zu empfindlich wo bist denn hin an 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 ich bin aus dem spiel geflogen okay ich bin wieder da hörst du mir zu was ich bin aus dem spiel ausgeflogen connection with host has been lost das ist ja das läuft auf jeden fall schon mal sehr gut und dann finde ich dich auch nicht mehr aber kam da eigentlich kam keine meldung aber wir werden auch gerade keine server angezeigt doch mir schon ist es schlau mir das jetzt sagen wo wir hingehen ich glaube nicht dass so viele nachstellen werden oder so viele spielen das nicht also bei uns hier im chat wahrscheinlich kann ich bin ja gerne noch ein ja das ist aber dunkel chili gluten oder bist du auch aus dem spiel rausgeflogen ja das hast du schon wieder gemacht ich habe nur umgestellt dass ich dass du mich nicht mehr doppelt hörst die schlugen 2.0 nee aber hier zum bude arbeit pv only ist jetzt diese zelle okay gehst du rein dann kommt nach soll ich ja große klasse waren keine ahnung ich habe war gerade nicht im spiel trainer ja dann oder battle eye hat uns gebannt weil du wieder deinen ganzen monster dem wallhack und so mitten im wald macht ihn so bin ich nun mal so ich bin drauf okay ich bin auch schon wieder gleich dran und drauf und dran dann spielte wieder davor ist ja das ist so ein ding wenn wenn die gearbeitet und nicht immer in deutschland ist und ob arbeitet und ich arbeite da ist es immer nicht ganz so einfach da ein termin zu finden da bin da okay und wir sind ja eigentlich nur auf dem friedlichen server um uns auszurüsten und dann wenn wir voll ausgestattet sind gehen wir auf dem pvp server da rehe und die rennen vor was weg oder wir seiten rauben genäßig aber wir rennen doch jetzt falsch warum wo muss man mein navi ist kaputt leider aus der inspekt da ist norden vor klipp bahn weil wir erwähnt haben das ja ob das mit server wies dort gewesen sein ich hab dann noch nicht aufgepasst ob das unten links stand ich habe auch ab ja ist mein letzter apel jetzt jetzt immer schon wieder an der foto kribbe ab ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017